Ich habe so ein Anti-Ankretion-Training gemacht. Kannst du alles zu mir sagen? Ich bleibe locker. Ich weiß jetzt genau wie ein Schaolin. Davor bin ich immer ausgerascht. Zeig mal irgendein Schimpfwort. Ein Schimpfwort? Nicht so krass, aber weil manchmal habe ich keine Kontrolle. Du Dummkopf. Okay. Komm runter. Komm runter. Komm runter. Komm runter. Komm runter. Ist weg. Sag was anderes. Bist du sicher? Das sage ich jetzt nur als Spruch, nicht ernst nehmen. Okay. Morgen filme ich die Helene beim Vögeln. Entschuldigung wegen Krat. Ist okay. Lass uns das lieber nicht mehr machen. Ja, ja. Sag das nicht zu mir. Ich habe dir gesagt, übertreib nicht zu krass. Ich wollte dich jetzt gerade nicht fast den Balkon runterwerfen. Ich habe ja extra gesagt das nicht. Ich meine, ich mache das, aber das ist ja nicht als Schimpfwort eine Beleidigung. Ich wollte nur gucken. Sag doch schlappen. Ach so. Wer will du mal Vögeln sagst? Du mal Vögeln fangst, ja. Das ist kein leichter Arbeit. Hast du verstanden? Ich habe dir doch letztes Mal die Geschichte erzählt mit dem Gorilla. Was? Wo der eine, der Silberrücken-Gorilla. Mit dem hatte sie doch so einen Film. Und sie spielt seine Frau. Mit einem echten Silberrücken-Gorilla? Ja, na klar. Ey, danach, nach dem Film denk ich nach. Wie ist das Leben? Was willst du mit dem Leben machen? War das nicht gefährlich? Ah nein. Na klar war das gefährlich für Helene. Und für die Kinder von den Gorilla auch. Weil nach einer Zeit hat Helene gedacht, die ist auch ein Gorilla. Weil von Statur her. Klar kann die ohne Probleme. Die hat ein Kreuz, das ist so breit wie von hier nach Hamburg. Und dann hat die so ein Battle gehabt gegen den Gorilla. Ey, die hat ihm eine Schelle gegeben. Der lag da wie ein Dunckopf. Ja, ja. Super. Den Film kannst du haben. Wie heißt der? Gorilla mit Helene. Ich habe mal einen Freund gehabt, gell. Der ist jeden Tag zu mir gekommen. Jeden Tag. Und er hat immer zu mir gesagt. Ey Antoine. Antoine hat er gemacht. Antoine, wie ist das eigentlich? Wie ist das bei dir in deinem Leben? Wie tust du dich erinnern, wenn du ein bisschen am Arsch bist? Und dann habe ich den Jungen gepackt. Der war fast am Arsch. Der hat Hilfe gebraucht. Der hat Hilfe gebraucht. Richtig. Ich habe ihm gesagt, hör zu Junge. Wenn du willst, dass ich dir helfe. Dann halt deine Schnauze. Und ich helfe dir. Weißt du bei wem? Du kommst mit zu mir nach Hause. Du hilfst mir putzen. Tust essen machen. Lernst ein bisschen Disziplin. 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 Und dann, was hat er gesagt? Ich kriege eh mein Herz, mein Herz, mein Ding. Lapp. Was ist das? Kekob. Mein Opf. Zittert, wenn ich an den denke. Ich habe gesagt, hör auf. Ich bin wieder ein großer Bruder. Hör auf mich. Und der, ja bitte, bitte. Ich so, was sagst du bitte? Hey, putz einfach. Dann habe ich ihm beigebracht, das zu putzen. Die wacht glaube ich gerade auf. Da habe ich beigebracht, das zu putzen. Was? Und seitdem. Der hat Ausbildung gemacht. Und jetzt ist er in der U-Haft. Also, was passiert? Ich habe Scheiße gebaut. Als Putzkraft, oder was? Nein, ich habe den irgendwo mitgenommen, wo ich was erledigen musste. Und dann ist der Ring. Der war auf einem guten Weg. Und dann ist der mit mir gekommen. Der Dummkopf, warum kommt der auch mit mir mit? Der ist mir mitgenommen. Ich musste was erledigen. Was musstest du denn erledigen? Frag ich dich alles, was in deinem Leben abgeht? Nee. Eigentlich fragst du mich fast nie was. Manchmal wäre es gut, wenn du einen Schnauze hältst. Einfach ruhig bist. Auch wenn ich dich frag, sei einfach ruhig. Ja. Alles klar bei dir? Alles klar. Du wirst doch ruhig sein. Alles klar bei dir? Kannst du antworten, oder? Alles klar. Bei dir? Bei dir. Alles klar bei mir. Danke. Danke. Bei dir. Danke bei dir. Wirst du mich farschen? Wie geht's dir? Gut. Und bei wem wohnst du? Zuhause, bei mir. Bei dir? Ja. Aber nicht hier. Nein. Hier hast du den Fuß unter dem Tisch. Von mir. Oder von der. Ja. Guck. Ob die. Die schläft. Ja. Ich glaube, die schläft. Nein. Nicht so laut, Mann. Nein. Ich schreibe gerade. Ich schreibe gerade mit so einem Dusschen. Ich nenne den immer. Franz. Franz. Dass die denkt, das ist ein Typ. Hans. Hans ist doch was? Immer wenn ich Hans sage, dann weißt du, das ist die Dussi und du hältst deine Schnauter schon verstanden. Hans oder Hans? Hans. Ja, Hans hat mich angerufen, ey. Okay. Ja, ja. Der möchte ein bisschen, dass ich mich mit denen treffe und ein paar Tage im Auslandaufenthalt mit denen mache ich Arbeit, was? Ja, cool. Ja, ja. Geht, ey. Du? Ja, cool. Alles cool. Ja, ja. Hey, cool, ey. Cool. Mhm. Cool, ey. Cool. Ja, ja, cool. Ja. Ja, ja. Hey, alles Gute in deinem Leben, gell? Danke. Gut. Soll ich jetzt gehen? Gut. Alles gut in meinem Leben. Alles klar bei dir, he? Alles klar bei dir. Gut. Bei dir? Halt deine Schnauze. Wer? Wer? Soll ich jetzt gehen? Nein. Du bist einfach ruhig und durch das, was ich sage bestimmt. Alles klar, ich ranz da. Welch ranz? Welch ranz? Ranz. Wer? Wer? Ich ranz. Also wer ranz ist? Wer? Der hat Arbeit. Scheiße, das ist Schnauze. Der Schnauze. Ich weiß nicht, dass du das warst. Welch ranz? Ein Typ. Wer? Ich das. Wann? Der Schnauze tut drumkauf, ey. Sogar mit Steinen kann man mehr arbeiten als mit dir. Was soll ich denn sagen? Der Schnauze. Soll ich sagen? Nein. Ich weiß nicht. Ja, ich hab das verstanden. Das soll so sein. Zack. Ranz. Ranz. Wer ist das? Ich hab mit ranz geschlafen. Ich hab mit ranz geschlafen. Ich hab mit ranz geschlafen. Aber mit ranz. Mit ranz. Mit den tippen. Ja. Komm, wir gehen schnell. Zu ranz. Zu ranz. Mit den reden. Weil der dich. Ja. Weil der dich. Will der dich heiraten oder was? Nein. Das. Ja. Dann geh mal jetzt sofort. Zu dir schnell. Willst du mitkommen? Wer? Du. Kann nicht. Meine Freundin ist oben. Die schläft doch. Egal. Ich passe immer auf dir auf. Aber komm doch bitte mit. Nein. Doch, bitte. Er hat nur noch heute Zeit. Okay. Ich kann doch nicht, weil meine Freundin da ist. Aber bitte. Komm doch mit. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Hand zu schätzen. Genau. Du. Du. Og. Egal. Du. Du. Du.